und damit willkommen hier irgendwo im osten und zwar ziemlich genau ein jahr später als ich angefangen wollte ich mal bisschen anders machen deswegen schauen wir uns mal an was innerhalb von einem jahr so passiert ist viele grundstücke habe ich nicht aber jene fahrzeuge auch nicht was ich viel habe sind schweine schwein habe ich hier und zwar am anfang tatsächlich glaube 22 schweine gekauft ich musste trinken was aber mache ich weiß 22 schweine kauft und zwar zwei kerne das sind mal die oben das grudchester und sport und das bürger und dann jeweils zehn säue so was herausgekommen ist sieht man 159 ist auf jeden fall ordentlich und ich hatte 30 schafe glaube ich wir haben gerade ein ganz frisches neugeborenes und wir können mal kurz durchschauen existieren 0,0 jahren also das bedeutet wir kriegen noch und bei seasons ist ja so dass nicht unbedingt bloß 1 rauskommt sondern auch mehrere ich glaube ich hatte beim ersten schweinewurf hier kommt auch nur eins schweinewurf nennt man das schweinewurf ich weiß gerade gar nicht genau auf jeden fall bei den ersten schweinen waren gleich mal 8 dabei also hatte ich mit einmal gleich wenig mehr schweine und wie im echten leben hat schweine kriegen ja ziemlich oft genau das sind alle unsere schabe ich glaube das sind nicht alles werden nicht alle gezeigt wie können wir zehn zwei vier sechs achten es werden definitiv nicht alle sein weil es sind keine 40 auf jeden fall haben sie gut wolle gemacht nach einem jahr das problem ist aber den platz passend bis fiesische stabel rein deswegen muss ich erstmal davor schieben damit mir das ganze gucken und hier sehen wir schon zur kunst klein ich war so frei und hat mir bäume her gepflanzt ja das dauert ich glaube fünf jahre so daraus bis die bäume ausgewachsen und ich habe bei irgendeiner mission ja etliche slage bäume abgefasst so als wir haben da oben die 4241 euro und haben wir auf jeden fall wolle müssen mal ins menü gucken ich muss auch unbedingt mal so wann denn wolle eigentlich hat wohl jetzt den besten preis bedeutet wir könnten es jetzt verkaufen und würden jetzt die meiste kohle dafür kriegen das klingt ganz interessant deswegen schauen was es denn ist ach so es gibt jetzt positions farming bringt uns allerdings nichts weil ich kein eigenes feld habe auskommend wir können aber schauen dass man jetzt aktuell an wolle kriegen was haben wir schön zum auftreten transportieren oh hier ist hier ist ein schöner dünn 3,9 hektar okay wir werden jetzt mal irgendwo steht hier ach so ist ja gar nicht was ich habe ich habe ein fiat noch hier rumstehen man sieht es sehr sauber und da hinten haben wir noch natürlich versteckt er sich da hinten ein zd fortschritt schöne täcker wir werden jetzt mal fix den fiat nehmen zum händler fahren den dünger streuer anhängen und den einfach mal die dünge müssen wir machen lassen wir brauchen das geld ne kommt schon rum er hat sie mir bevor ein bisschen trottel natürlich dann geht es wesentlich besser ist schon mal hinten wenn wir den auftrag machen ich hoffe dass der sich lohnt man zieht es natürlich auch durch das dieses positions wo ich ja jetzt ein extra video dazu gemacht habe dass man eben sagt beziehungsweise das spiel sagt okay dann gibt es halt also dass der der helfer gezielter fährt so jetzt jetzt habe ich endlich ausgebrochen was ich eigentlich sagen wollte ja steht ziemlich auf dem schlauch man merkt so aktuell kommt nicht so viele videos liegt aber eher am prüfungsstress deswegen müssen wir erstmal noch die prüfung durch und wenn die prüfung dann durch es kommt auch wieder neue videos zum ja jetzt auch zeitnah kommt ja cyberpunk das wird sich die mit dabei auf jeden fall man und schieß und zwar ganz entspannt jetzt klären aus müssen wir mal hier zum zt der sind nicht so laut der ist angenehm und starten erst schon voll das normal also ich wundere ist kein mist weil ich kein stroh eingestreut habe ich wollte eigentlich den hängerin das ding ab und hängen wir die schaufe dran machen bei den schafen mal fix sauber dann müssten wir theoretisch ich muss mal gucken wie es beim schweinefutter aussieht das machen wir auch gleich noch dass wir so natürlich nicht ich sitze einfach zu nah am steuer ich weiß schon so damit ist ja auch wieder sauber packen wir es gleich rein wenn jemand irgendwie hunger leiten muss so kann ich mal gucken wie es beim aussieht und da sehen wir ja sauberkeits geht gleich hoch Futter müsste auch passen schweiz ist aber aus aus wie bei schweiz so da hängt natürlich jetzt der hänger davor den brauchen wir gleich denn ich will ja eigentlich die wolle verkaufen um zu sehen wie die cash wir machen so einmal kurz den exorzisten gemacht hängen wir das gute Stücke dran ach guck an da ist ja gar nichts mehr dran wie passend gut dann können wir da ist ja gar nichts mehr drin ähm wie mach ich das jetzt beim wünschen wir fahren einmal ringsrum einmal hier durch diesen kleinen teich immer am rand lang dann gibt es auch keine probleme so schön zur Wasserstelle gefahren stellen wir den gleich vor zu schafen und dann muss ich irgendwie mal sehen wie man es am besten mal aufladen die ganze wolle ich habe eigentlich, mir ist es auch so gedacht dass die ganzen Bäume dann hier so dastehen dass ich auch immer gescheit rauskomme wenn wir nicht mehr durchfahren können was natürlich auch problematisch werden könnte das ist jetzt natürlich noch nicht so relevant aber es gibt ein neues Update zu der Karte und das besagt halt ähm naja wie soll ich sagen es gibt halt eigentlich auf dieser Karte Ziegen und Schafe äh Ziegen und Enten zu und ich glaube das aktuelle Update entfernt das wieder deswegen ich bin jetzt gerade noch ohne Update ich war noch nicht mutig genug und habe mir irgendwie noch nicht getraut so richtig zu sagen hm keine Schafe äh keine Ziegen, keine Enten toll jetzt schmeißt das wieder daneben also wenn mir ja das nervt wenn wir hier Geld haben ich schau die zwei mehr her fertig, egal wenn wir Geld haben dann hole ich mir ein Flutterband und dann werde ich das Zeug einfach mal davor machen dann ist mir das egal na das ist immer dann daneben fällt der Druck ist irgendwie nicht ganz so ausgerichtet wie ich das gern hätte jetzt wird's mal machen wenn wir die andere Perspektive nehmen sonst sehen wir hier nichts so ich werde die einfach bloß in den Eiflappen ich werde die einfach bloß in den Eiflappen ich werde die einfach bloß in den Eiflappen schuld runter ja komm ja komm irgendwie ich dachte hier wird's schon besser aber ja das ist natürlich bescheiden so ah jetzt war ja klar das ist natürlich dann das funktioniert wenn wir's so nicht mehr wollen so haut's mal rein das funktioniert so wie ich's gern hätte ja super ne ja ich weiß gar nicht ob ich die dann hier festsparen kann ich glaub nicht so ja ich könnte vielleicht auch ne das will nicht gehen so mit der 1000 also ein bisschen Bolle haben wir auf jeden Fall dabei hauptsache ich krieg das dann auch herunter das haben wir gleich das nächste Problem ja zack naja ich glaube wir werden nicht so richtig beim Shop ankommen dass ich das so angucke zack ich glaube wir können das nämlich so nicht abkippen ich hab heute kein Geld mehr ok fahren wir fix zum Shop das lassen wir kurz hier ja wir nachbarn und dann werden wir uns beim Shop mal kurz was leihen ich hoffe es geht für das Geld was ich überhaupt nur habe ansonsten wäre es natürlich doof ich kann gleich mal unseren Helfer wegschicken so jetzt müssen wir mal fix schauen und zwar bei den Frontladern mhm ja da Frontladen hier haben wir seit 800 wow ich brauch's jetzt so nie wieder was soll denn hier noch schönes irgendwas das ist alles nicht so das was ich gerne hätte ok wir werden mal die Gabel mieten mieten die mal das ist nervöser das ist nervöser da steht natürlich der 4er davon so ich hoffe das es jetzt angenehmer geht wenn wir nicht hier 40€ verschenkt haben so heute so ist es so laut habe ich das Gefühl das müsste vielleicht mal das hat sich das schon überdrehen dann können wir es natürlich wesentlich entspannt sein was interessant ist die Leute hier also bei denen geht es jetzt gerade sie hier genau sie läuft auch im Winter achso nicht ablenken lassen sie läuft auch im Winter im T-Shirt so nicht hupen ich bin gleich weg so packen wir das mal da noch rein ich glaube es wird mega spektakulär das ganze abzuladen wir werden auf jeden Fall nur die eine Furt zusammen machen sonst ein Dauersatz zu lange lass mal gucken es gibt eigentlich irgendwo noch eine Mod die das ganze bisschen erleichtert eins stelle ich noch drauf ich hoffe ich geht es dann auch beim Händler runter so zack und raus nicht dass es da oben aufhängt doch ich wüsste wie ich es machen kann ich zeig es euch dann falls es nicht geht falls ihr auch mal das Problem habt dann zeig ich euch wie ihr das trotzdem abladen könnt so das lassen wir vorne auf den Zinken auch wenn man das nicht so machen sollte ne du wüsst ja wenn die Polizei kommt wird es teurer so jetzt hoffe ich mal dass es da oben drauf stehen bleibt wohl müssten wir eigentlich gleich da hinten irgendwo verkaufen können genau deswegen macht man dieses so nicht so hinten drauf steht noch alles ich habe ja aber auch keine ähm Spanngurte dabei ach so wir sind ich glaube ich schon da wenn das ist hier ist es nicht davon müsste es glaube ich sein hier ist Strohverkauf manchmal mal kurz schauen ja hier ist auch wohl verkaufen jetzt sagen wir mal ähm oder hier nicht okay noch was vor uns müssen wir mal kurz hier schauen wo wir denn Wolle verkaufen können Wolle ist ähm es gibt eine extra Wollverkaufsstelle Stölle Wollverkaufsstelle Strohgras Zerne Heu Stroh hier ist Wolle auf der anderen Straßenseide ist nicht ganz so schlimm auf der anderen Straßenseide können wir Wolle verkaufen nein ähh ähh wollen wir später auf nicht so schlimm Wolle hier vorne ja das wollte ich drauf weil wir es wieder betrieben haben und natürlich hier wieder total unvorbildlich unterwegs sind nicht runterfallen oder noch nicht aber ich denke mal das erste da ja da sieht man doch schon die Wollpaletten da sollte es gehen so schaffen wir das noch vor dem Auto ich gebe mir lieber kein Risiko ein nicht dass hier irgendwas schief geht ach es sind auch mal meine Heubeine so jetzt ähm abgibseite links was du hast jetzt kann ich das hier nicht entladen ich habe es fast geahnt ok also jetzt zeige ich euch kurz wie man es sonst machen kann wir gehen einfach mal kurz hierher wir müssen dann natürlich einen Hänger wählen gehen auf zurücksetzen oh jetzt fahren wir kurz dagegen man sieht ja der Hänger ist weg zack irgendwie gab es jetzt nicht viel Geld ich bin echt von Unsummen ausgegangen boah das war jetzt nicht so viel ich dachte wir kriegen mehr naja wir brauchen das Geld was ist jetzt hier das BW? warum geht es denn jetzt nicht? jetzt sollte er wohl verkaufen hm ok ziehe ich das Stück zurück geht nicht richtig mies so ok aber warum geht es jetzt nicht weiter verstehe ich nicht warum hm 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 manchmal ist das echt merkwürdig dieses Spiel wahrscheinlich gibt es bis ganz ganz kleinen Volt schmecke nicht oder so das verstehe ich gerade nicht das verstehe ich gerade nicht ok ok wahrscheinlich ist der, der, der Trigger für die Wolle irgendwie leicht in der Luft oder so ach das muss man auch schon mal tiefer so jetzt also haben wir 4000 hm ja das richtig gelohnt hat sich nicht wir wollen es erst mal mit einem Fiat zum Feld 31 noch fix dass man es noch zusammen und dann ja ja das ist richtig gelohnt hat sich das noch nicht was ist denn nun? äh wo hänge ich denn jetzt? das ist echt nicht mein Tag so aber jetzt habe ich die Saatgutboden in den Terrasse geschliffen das habe ich natürlich nicht zum einen nicht gesehen zum anderen nicht gewollt so jetzt komme ich wahrscheinlich nie wieder so einfach raus so jetzt sollte der ganze Spaß funktionieren was ist denn? well out wir fahren gleich mal hier einmal gehört ins Bett weil es äh gleich stehen so und dann sollten wir eigentlich auch bis zur nächsten Folge auch den Auftrag abgeschlossen haben unser guten hilfsbereiten Helfer und werden dann 7000€ mehr dann können wir noch ein bisschen höher gedruckt sein und ich werde bis dann auch die Rolle verkauft haben das betrifft sollten wir knapp 10.000 haben und dann können wir uns auch mal mit dem neuen Feature von Chines etwas genau beschäftigen indem wir uns einfach so so ich dachte ich gehe mal mega gleich mal mal so ein Bodenprobegerät Bodenprobegerät besuchen und dann halt einfach mal bisschen Bodenproben nehmen und mal gucken welche Felsen sich denn anbieten denn das funktioniert ja mehr auf Feldern die uns gehören auf anderen Feldern mit denen wir arbeiten und zack viel Spaß groß schaffen du machst das schon gut so ähm ich geh nochmal kurz zu den Schafen und zum Schwein gucken wir uns nochmal genauern besuchen so das siehts jetzt sauber naja aus also ich brauche auf jeden Fall noch zwei Viertelbänder ich habe echt übel Hunger die Schweine obwohl es geht noch aber es liegt halt alles rum Gülle haben wir halt eine Menge wir müssten uns auch mal einen Güllefass irgendwie besuchen um Gülle auszubringen ich weiß gar nicht 158 Liter ist das Wolle pro Tag weißt das jemand? ich habe nämlich keine Ahnung weil die kleinen machen auch das kann mir nämlich nicht vorstellen dass die auch 158 Wolle machen pro Tag das ist okay den Schweinen gehts gut den Schafen gehts gut den Rest machen wir dann in der nächsten Folge ja genau sehen wir uns irgendwann so stehen wir um 12 Uhr gehen wieder und ich bedanke mich bis zum nächsten Mal machts gut Ciao